Ich bin soweit. Was genau haben Sie gefühlt, als Sie erfuhren, dass das Shuttle abgestürzt ist? Ich wurde ohnmächtig. Sie haben mich gerettet. Und dann? Nachdem Sie erfahren haben, dass Ihre Freundin tot ist? An was würden Sie denken, wenn eine Ihnen nahestehende Person verstorben ist? Was Sie aber nicht daran gehindert hat, Kontakt mit Außerirdischen aufzunehmen. Sie wissen nichts über ihn. Julia, kommen wir zur letzten Frage. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Ihnen all das tatsächlich passiert ist? Muss ich die Frage beantworten? Die Frage beantworten Sie, dass Sie sich die Frage beantworten. Sie wissen, dass Sie sich die Frage beantworten.